Liebe Freunde von KryptoTV, jetzt beginnt der Spaziergang um den Wiener Ring. Und somit, klasse, dass ihr noch mit dabei seid, es war schön gewesen, wenn ihr an dem Tag selbst anwesend gewesen seid, natürlich die Anwesenden, die jetzt zuschauen, die dabei waren, ausgeschlossen, es wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, aber schaut mal, welche Menschenmassen sich jetzt in den Ring begeben, mal schauen, ob man da von Anfang bis zum Ende kein End und kein Anfang finden werden kann, das wär's. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk! 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 Wir haben uns übersehen. Hey, da sind sie wieder gesteilt. Grüß euch. Grüß dich. Grüß dich. Hi, Linzer. Linzer, hast du jetzt etwas Phantom? Ja. Als Phantom haben wir einen Auftritt gehabt. Hast du uns gesehen? Heut? Ja. Na, leider. Ich habe mich heute an der Nur-Marie-Therese-Platz aufhalten können. Ah, da hast du gesagt, was Wichtiges fürs Heimt? Ja, da haben wir so viele Leute gefilmt, das hole ich nach. Ja. Ich schaue auch bei meinen Kollegen mit. Du weißt eh, du hast in Salzburg eh so ein super Video von euch produziert. Wir gemeinsam. Wir gemeinsam. Jawohl. Ich kann nichts filmen ohne euch. Es ist blöd, dass wieder diese ganzen Veranstaltungen nicht miteinander essen wollen. Ich würde mir das wünschen. Ich hoffe, das hast du da jetzt drauf. Ich stelle das auch. Es war sehr schwierig mit den ganzen verschiedenen Bewegungen alles in einen Hut zu bringen. Ja. 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 Na, wieviele tausend Menschen sind das? Der, was an ihr dran kommt, der kriegt eine warme Umarmung von mir. Eine herzliche Umarmung. 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 Ein politischer Paradigmenwechsel muss her. Ein politischer Paradigmenwechsel muss her. Der größte Verräter ist der Van der Bellen. So schaut's aus. Der größte Verräter ist der Van der Bellen. 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 Es ist eine Flume im Teatr, es ist eine Flume im Teatr, es ist eine Flume im Teatr. Also wie es ausschaut, die Polizei schaut gerade, dass die Leute nicht weiterlaufen können, wie es ausschaut. Schauen wir mal, was sich daraus ergeben wird. Also wenn es da anliegt, dass die Leute keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, muss man der Polizei wahrscheinlich aufklären, dass das Urteil vom Verfassungsgerichtshof mehr zählt als die Verordnungen dieser Politmarionetten. Also Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist gesetzeswidrig, man macht sich eigentlich dann strafbar. Schaut mal, kill es mal. Ihr seht, es gibt mehr Baustehen. Wir haben nicht nur Corona-Baustehen, das ist Julien Assange. Julien Assange, der hat es auch verdient, frei zu sein. Weil dank solchen Menschen verdanken wir es, noch informiert zu werden. Und er muss gerade im Gefängnis ziemlich leiden. Der Trump, der Wichser, hat es auch nicht geschafft, ihn zu begnadigen. Habe ich euch von Anfang an schon gesagt. Hoffentlich glaubt ihr es mal endlich mal mehr. Ja. 3, 2, 3, 2, 1. Das war's für heute. Das nennt man Armut. Das werden jetzt ein paar mehr Leute kennenlernen. Ja, das ist ja gut. . 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 Team Grüßt das Österreich! Grüßt alle Gesuchte Dich! Alle, die uns in Heimkriegsruhen! Wir sind Frieden! Wir sind unsere Politiker! Wir sind Frieden! Wir sind Frieden! Wir sind Frieden! Wir sind Frieden! Jubel Sven, Julen Sven, Julen Sven, Julen Sven, Julen Sven, Julen, Julen Saal. Vielen Dank. Das war's für heute. Das ist von OEF oder was? Ja, sicher. Wo ist Andreas Hofer? Wo ist Andreas Hofer? Wir sind Andreas Hofer. Was ist Andreas Hofer? 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 Zervos! Hi! Ohhhh! 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 Uhhhhh! Ohhhh! Ohhhh! Eh, buchira de verb! Auf Wiedersehen! Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Ich habe keine Hand frei, aber danke. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 Ihr seht, da hinten steht es gerade an, aber das ist nicht zum Trotz unsereins, dass die Polizei gerade stehen bleibt, sondern sie schauen, dass wir einen freien Weg haben, damit die Antifa uns nicht in die Quere kommt. Das wird jetzt zum Schutz für uns gemacht. Es dauert ein kleines bisschen und dann dürfen wir wieder weitermarschieren. Also wie gesagt, wir stängen nicht, weil die Polizei uns trotzen will, sondern weil sie uns beschützen will. ein echtes Lob an die Polizei in Österreich. Ich bin stolz auf euch, meine lieben Damen und Herren von der Polizei. Ihr habt das begriffen, genauso wie der Verfassungsgerichtshof. Ihr zwei zusammen seid ein gutes Team. Auf das können wir bauen. Dankeschön. Untertitelung. BR 2018 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 UNTERTITELUNG Wunderschwein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Glockenläuten Grosforscheid! Grosforscheid! Das war's für heute. Friede, Freiheit, Solidarität! Friede, Freiheit, Solidarität! Schließt euch an! Schließt euch an! Gegen den Faschismus! Gegen den Faschismus! Gegen den Faschismus! Gegen den Faschismus! Friede, Freiheit, Souveränität! 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 Friede, Friede, Freiheit, Souveränität! Friede, Freiheit, Souveränität! Friede, Freiheit, Souveränität! Friede, Friede, Freiheit, Souveränität! Musik 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 Die Ring zum machen Musik Gott muss weg! Kurz muss weg, Kurz muss weg, Kurz muss weg, Kurz muss weg. Friede, Freiheit, Souveränität. Friede, Freiheit, Souveränität. Kurz muss weg, Kurz muss weg, Kurz muss weg, Kurz muss weg. Kurz zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Heute ist es schon ein bisschen schwieriger zu treffen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Und beim nächsten Mal. Wir sehen uns 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 beim nächsten Mal.